jo leute was geht da willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal mein name ist john und heute leute ich mache wieder mal ein fortnite video seit langem habe ich kein fortnite video mehr gemacht und man kann doch noch auf handy fortnite spielen ich dachte man geht das geht nicht mehr aber es geht ja doch und deswegen darf ich mir einfach warum mache ich nicht einfach noch ein fortnite video weil ihr auch viele geschrieben habt dass ich ein fortnite video mal machen soll und ja leute wie ihr gerade sehen könnt ich habe den fischig skin bekommen ich habe dann einfach geschenkt bekommen von meinem kosen braun of breezy abonniert die mal link in der videobeschreibung zu seinem kanal und das würde mich sehr freuen ihn bestimmt auch macht ihn die 100 abonnente voll danke leute und ja leute ich zeige euch noch ganz kurz meinen spinn bevor wir in der runde gehen das ja der cool wie ihr wisst habe ich den ja ich finde den immer noch geil seine stile habe ich jetzt nicht aber egal und warte ja ich habe den lebkuchenmann auch noch ich habe bananas gehen brutus muskelkater ten tina diesen habe ich auch mit dem spiel ich fast gar nicht fisch hier habe ich auch natürlich spiel ranger und ich habe auch ihres mit ihre spiel ich auch verlauft und leko man spiel ich brutal oft und ja ich will mal sagen ich spiele jetzt einfach mal teams und ich wünsche euch einfach viel spaß mit dem video wenn es euch gefällt da lasst gerne einleiter und ja leute ich will mal sagen wir sehen uns gleich in der runde ok leute ich bin auf jeden fall jetzt schon mal drin und ja da liegt einfach schon mal eine jagd gewerft geil ich bin voll früh reingekommen fällt mir gerade auf hoch habe schnell kommen die leute rein moin was geht ab er hat voll die geld ich bezacke ja was das ins kind loll wer tanzt denn jetzt hier wieder auch verdammt ich sollte noch gucken wie die leute tanzen ja ok ich weiß nicht wo ich jetzt landen soll ich glaube leute ich lande da jedes mal wirklich jedes mal ok leute ich lande jetzt einfach plassen park und dann gucke ich mal ob ich paar kills bekommen leute ihr müsst wissen ich habe eigentlich schon ein bisschen lang kein fordner mehr gespielt weil ja mein handy ist halt kaputt gegangen ich habe ein iphone 6 jetzt und auf eis und 6 kann man kein fortner spielen deswegen habe ich auch jetzt lange kein fordner mehr gespielt hier ist einfach mal ein test direkt eine jagd gewerbe kommen nice einfach nice daher herausforderung verfügbar ich gehe einfach mal dahin vielleicht ist auch nicht jetzt ist hier nicht fest hatte ich glaube da ist keine fack dann gehe ich halt mal vielleicht paar gegner pushen oder wer war das ich muss mich ganz schnell heilen heil 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 schnell schnell fischi oh mein gott ich muss mich ganz schnell heilen nein das sieht nicht gut aus so ein scheiße was soll ich denn jetzt machen ich habe nur noch zwei schuss wer war denn das was ok ich habe ihn gut jetzt bekomme ich wenigstens von dir munition bleib doch die linke geht weg mhm ja ok da müsste noch ein test sein bei diesem aus okay ich will mal schnell hin los 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 es leben auch nicht mal so viel die gegner leben nur noch gerade mal ja 62 guck ich hab so gesagt da ist eine chest oh mein gott ja schon gewährt was sind das ach so jetzt gibt es ja auch die autos man kann ja damit fahren und ist dieser tank dafür glaube ich da sehe ich welche da sehe ich welche verdammt wo sind denn die sind das teams weil leute ich spiele gerade einfach so gegen es gott ich weiß wirklich nicht wo die sind sind glaube ich abgehauen ich gehe einfach mal kurz zu den g habe ihn habe ihn okay kein metz mehr fack junge ich habe niemals schnell und so schnell schnell wenn jetzt einer ist oh mein gott ich habe gewusst hier sei okay wo sie irgendwie die gegner so schlecht ich krieg hat jeden schöner gut würde ich mal sagen okay schon drei kills und leben nur noch 35 ich meine 67 ja jetzt 36 okay schon mal drei kills ist jetzt nicht so viel aber ja hauptsache sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus ich habe auch nicht mehr so viel metz leute hier läuft einer rum hier läuft einer rum vielleicht könnte auch der sieg werden aber ich denke ja nicht ich frage mich halt nur warum sind die gegner so schlimm nein weg 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 oh mein gott noch viel hp man überall sind gegner überall sind gegner überall sind gegner man ey verpiss dich alter nein geht doch weg hab ihn oh mein gott leute ich hab ihn ich hab ihn einfach ok wieder neue battle pass stufe hier muss der jetzt irgendwo sein sechs kills oh mein gott solo gegen squad oh mein gott das ding ich hab noch nie solo gegen squad gespielt das fast das erste mal eigentlich wo sind die denn ich dachte die es sei während schussteil ich muss ey bitte werde ich jetzt nicht gesnipet oder so nicht scheiße ey gar keinen bock hier zu sterben haben minis ja nehme ich ok hm wo ist eigentlich die zone ok ich bin noch in der zone das ist gut hä war die chestnut vorhin weg wieso hat die keiner genommen irgendjemand hat die einfach da gelassen jetzt habe ich wieder zwei oh nein 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 das sind pros das sind pros ich bin tschüss ich verpiss mich wieder ey nein geh doch weg oh gott halleluja woher schießen die oha wie viele gehen gerade auf mich drauf bitte chillt mal überleben alter oh mein gott das sieht nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus ich nehme mal ganz kurz diese was hä was 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 hä schnell heilen fuck hab ihn leute leute was geht hier ab ich habe 8 kills gott ich dann kann ich noch 26 leben ich wäre dann direkt gestorben wenn ich mir einen hit gemacht hätte oh mein gott leute ich habe einfach 8 kills das ist jetzt rekord auf meinem kanal dass ich so viele kills gemacht habe in meinem video oh mein gott oh mein gott das ganze loot alter das sind so viele gegner gerade auf mich drauf gegangen das war nicht mal normal oh lecker schmecker jetzt habe ich voll viel loot eigentlich auch ähm ich meine voll viel metz und so oh mein gott alter was war denn das gerade ich habe niemanden ich habe nie damit gerechnet dass ich die kille hä aber das haben doch 3 auf mich geschossen oder nicht das ist bestimmt noch einer ah ich habe auch eine chest mhm das ding ist ich kann nicht so gut mit diesen tasten hier muss doch die chest sein hm das sehe ich hier nicht hier auch nicht aber hier ist money das ist gut ah ich muss jetzt auch zur zone alter leute was war das gerade jetzt wirklich ich dachte jetzt wirklich das sterbe alter ich hatte so wenig leben gerade mal 27 die hatten bestimmt mehr als ich aber leute wisst ihr was ich mich frage ich kann auch 11er automat schaffen wisst ihr was ich mich frage warum sind die gegner irgendwie so schlecht gerade oh 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 guck das meine ich warum sind die so schlecht nichts gegen die aber irgendwie spielen die schon scheiße hier hat noch einmal geschossen noch einer hat hier geschossen sorry leute mein deutsch ist am arsch es hat noch einer geschossen das weiß ich zwei waren es oder war es nur einer egal scheiß jetzt raus ich muss zur zone die hast du schon 3 dritte battle bus du für die ich bin okay leute das leben jetzt auch nur noch 17 gegner das könnte wirklich der win sein der win ey mein deutsch ist einfach am arsch ah loot drop okay mein gott ich muss wirklich aufpassen weil ich will gerade wirklich nicht sterben ich hab neun kills wenigstens zehn kills will ich erreichen was was hä oh oh nein nicht gut nicht gut nicht gut das sieht gar nicht gut aus ah stimmt hier gibt es jetzt auch diese haie ich hab die komplett vergessen ich dachte jetzt hä warum springt keins hier gibt es bestimmt keins hä ist einfach die sniper man langsam aha scheiße hätte ich den shot gemacht oh nein das sind teams oh mein gott die die haben die haben das leib hat oh mein gott ich muss jetzt raus fuck jungen wie soll ich da hin ich hätte nicht schießen sollen das war ein fehler okay okay nur noch 13 gegner das könnte was werden oh mein gott ja leute ich hab auto eh immer apropos nur so aber ist jetzt egal ich glaube ich nehme die blaue eh nein ich hab so schiss leute ich hab jetzt Angst dass ich einfach sterbe aber ich will nicht sterben oh mein gott einfach ich hab schon ein kind ist das das kann was war das hä war das eine bombe oder was meine fresse das habe ich gerade so oh 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 das sieht nicht gut aus werde ich gerade angeschossen ah wer ist denn da oh mein gott was hä alles klar junge dicker auch wenn ich gezielt habe ich hab den einfach hits gegeben oh mein gott ja wird nicht gegönnt wer wer schiegt mich schon wieder wer ey du kleiner bastard nein das war ausversehen ich hab schon elf kills ey man alter was geht denn hier ab Leute, ernsthaft? Guck mal. Nein, wie konnte ich das übersehen? Ich habe einfach meine Lieblingspump übersehen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich nehme einfach die Gründe. Hat der netten Sniper oder so? Aufladbare Schrottflinte. Aha. Interessant. Oh. Da will noch jemand. Was? Oh mein Gott. Digga, schon elf Kills. Was ist das, Junge? Das Rekord hat noch nie so viele Kills geschafft. Ohne Witz, Leute. Das sind jetzt wirklich Pros. Nee, ich habe verkackt. Ich höre, ich habe verkackt. Habt ihr gesehen, wie der gebaut hat? Digga, die drei jetzt gegen mich. Was soll das? Was? Was? Nein, Junge, Leute. Alter. Scheiße, Alter. Wir hätten easy gewonnen, Mann. Oh mein Gott. Aber, Digga, Leute. Oh, sorry. Wir hatten aber zwölf Kills gehabt, glaube ich. Zwölf oder elf. Aber, Leute, Alter. Wir sind auf jeden Fall, äh, Hashtag drei, also Platz drei. Oh mein Gott, Leute. Das war ein heftiges Video. Wirklich jetzt, Alter. Ich habe einfach elf Kills geschafft. Was war das, Alter? Und ja, Leute, ey. Ich würde einfach mal sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Dafür dieses krasse Video. Abonnieren nicht vergessen. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, Alter. Das war wirklich ein krasses Video. Vielleicht wird das nächste Video wieder ein Brauters oder ein Fortnite-Video sein. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich überlege noch. Aber, Leute. Wirklich. Was war das? Das war so heftig. Das war einfach heftig, Alter. Deswegen, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.